War Christus der Menschheit nicht das größte Vorbild dahingehend? Hat er nicht viele dieser Wunder bewirkt? Denn Gott hat dieses, das Erdenleben für Christus, und deshalb bestimmt, weil es Gott nur so am ehesten möglich war, uns, das heißt den Menschen, durch die Lehre Christi auf den Weg zu führen, den Gott für die gesamte Menschheit bestimmt hat. Was müssen wir Menschen tun? Was ist das für eine Lehre? Die Lehre Christi. Ist das alles, wenn der Mensch von sich aus behauptet, von sich aus sagt, ich bin ein Christ? Ist das alles? Müssen wir das nicht tun, wie Christus sagt, folgt mir? Denn es ist nun mal die Lehre Christi, die sie beherzigen müssten. Meine lieben Freunde, überlegen Sie jetzt genau, wie Sie sich selbst versündigt haben. Wie Sie immer wieder der Sünde, wie Sie immer wieder dem Bösen verfallen sind. Wie Sie immer wieder nur dem Bösen dienten. Denn Sie hatten sich ja mit dem Bösen abgegeben. Viele sogar schon abgefunden. Natürlich dürfen Sie nicht mehr dem Bösen verfallen. Natürlich dürfen Sie sich dem Bösen nicht mehr hingehen. Sie müssen dem Bösen den Rücken kehren. Sie müssen den anderen Weg gehen. Und daher rufe ich Sie auf zur großen Umkehr. Gehen Sie den Weg, so wie er von Gott uns allen durch Christus bestimmt ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!